Guten Morgen zusammen, wir haben Dienstag, den 30. Januar und es ist 5 Uhr am Morgen, so wie es sich gehört, Early Bird, Salve Atuti. Vor euch liegt der Nasdaq, um den geht es hier, auf dem Thumbnail steht drauf, das kann hektisch werden und das vermute ich auch. Vor euch ist der Wochenchart des Nasdaqs, da sieht man ganz genau, das wird jetzt, angenommen die Woche ist vorbei, wir haben auf dem höchsten Schlusskurs ever geschlossen. Und das ist, wird hektisch. Das eine ist die FED, morgen am Mittwoch, 20 Uhr abends, was soll sie sagen? Ich glaube nicht, dass die irgendeine Entscheidung trifft, im Sinne von so, wir senken da die Zinsen, das kann ich mir nicht vorstellen, der wird weiterhin sagen, wir beobachten das nochmal ein bisschen, davon gehe ich jetzt mal aus. Was zur Hektik beitragen wird, ist, dass heute Abend, also am Dienstag kommen Google und Microsoft bezahlen. Beide werden sehr gut erwartet, aber ich gehe eigentlich fest davon aus, dass die auch liefern werden. Ob die dann so einen Sprung machen werden, wie Supermicro, das glaube ich nicht. Aber durchaus so einen 5 bis 10 Prozent Sprung, kann ich mir vorstellen. Ich erachte die Wahrscheinlichkeit, dass das schlechte Zahlen werden für relativ gering bei diesen beiden Werten. Dann geht es aber gleich am Mittwoch weiter. Wie gesagt, um 8 Uhr die FED, also 20 Uhr abends die FED und nach Börsenschluss Facebook, Amazon und Apple. Facebook glaube ich auch, dass die recht gut werden. Bei Amazon kann ich es nicht einschätzen, wobei da ist das vierte Quartal drin, ist auch wieder Weihnachten. Also schlecht werden sie nicht werden. Ich weiß nur nicht, inwieweit sie die Erwartungen treffen. Apple, tja, das Ding, was die Elbombe dann haben, ist diese neue, diese Maske, ich glaube die heißt Vision, ich bin mir ganz sicher, aber davon werden nur rund 80.000 ausgeliefert. Dafür sind die Dinger unglaublich teuer. Ich weiß nicht, warum man solche Brillen braucht, aber ich glaube, ich bin da einfach aus der falschen Generation. Ich werde mir so ein Ding erst kaufen, wenn ich meine Umwelt nicht mehr sehen kann. Aber wie auch immer, die Leute wollen das haben, aber es werden relativ wenig hergestellt. Also 80.000 ist nicht viel. In dem Zusammenhang, ich habe ihn schon mal erwähnt, da gibt es auf YouTube Joker, J-O-C-R. Guckt euch den mal an. Das ist der Joel, das ist ein Freund von mir, der hat auch seine 150.000, 160.000 Abonnenten. Der testet alles, der versucht das Ding gerade zu kriegen. Da werden aber auch Probleme besprochen mit iPhone, iPads, wie auch immer. Das ist eine extrem nützliche Seite und er hat eine sehr angenehme Art und Weise, das rüberzubringen. Und wenn bei mir mal irgendwas kaputt geht, ich habe alles von Apple. Ich habe alle Macs und iPads und iPhones und hast du nicht gesehen. Wenn ich damit irgendwie ein Problem habe, der repariert die auch, über Fernwartung. Und ich bin da, ich bin nur User. Und ich bin froh, wie das Ding läuft. Und ich hasse es, wenn ich da irgendwas Neues einstellen muss. J-O-C-R.de ist die Homepage und auf YouTube heißt es Joker. Der wird als Erster, mit Sicherheit als einer der Ersten, das Ding getestet haben. Sagt euch genau, ob das was nutzt oder nicht. Probiert das mal aus. So, das ist der Wochenchart. Nochmal, ja. Es ist das, im Prinzip absolut alles in Ordnung. Das ist hier noch stabil, der Trendfolger. Wir sind über die Stochastik stabil. Wir sind auf dem Alltime High. Wir haben im Moment eine 1, 2, 3-wellige Bewegung nach oben. Ich sehe hier keinen, nirgendwo im Moment eine Schwäche. Deswegen gehe ich meinen Tag. Aber selbst, das will ich gleich sagen, selbst wenn ich die Zahlen aller Unternehmen wüsste und die FED würde mich anrufen und sagen, wir machen das und das, gebe ich ganz offen zu, wüsste ich nicht, welchen Impact das auf dem Markt hätte. Für mich ist es zu hoch, um hier noch was zu kaufen, aber es ist auch zu früh, um Putz zu kaufen. Ich halte mich hier im Nasdaq völlig raus. Das geht vielleicht beim Daytrading, aber jetzt mal auf Sicht von einer Woche oder zwei, wüsste ich nicht, wie das jetzt hier irgendwie weitergeht. Ganz ehrlich. Also, es ist schwierig. Wir sind hier über die Tagestechnik auch nach wie vor in Ordnung. Die Bänder sind ein bisschen aufgegangen. Das erachte ich nicht als dramatisch, überhaupt nicht. Wie gesagt, hier hängen wir, das war der höchste Schlusskurs, hier hängen wir hier oben rum. Je nachdem, was die entscheiden, die FED oder je nachdem, wie die Zahlen sind, wird das hier nochmal eine richtig ungemütliche Kiste. Sowohl nach oben, als dass es auch nach unten gehen kann. Ich habe keinen echten Widerstand. Uncharted Territories. Das kann hier innerhalb von Stunden auf die 18.000 ziehen. Und als erste Unterstützung habe ich den Bereich 16.930 mit der 20-Tage-Linie und diesem Chartpunkt hier. Also, das trifft sich ganz gut. Das ist auch noch das Gap hier vom 18.01. Dieser Bereich hier um die 16.950 ist für mich schon mal der erste durchaus wichtige Support, gefolgt von diesen weiteren Punkten hier um 16.250. Auch hier von der Technik noch in Ordnung. Auch wenn es hier ein bisschen kürzer wird. Es ist nach wie vor in Ordnung. Kein Verkaufssignal über die Stochastik. Ich habe da nichts zu meckern. Ich habe zwei Calls, ein Put. Das war interessant, weil ich vergleiche immer die Scheine, dass es bei den Calls war die UBS am besten und bei den Putz Goldman. Ich habe einen weggenommen bei den Putz. Der ist ziemlich weit weg. Vermeintlich weit weg. Das sind rund 1.000 Punkte. Naja, ein bisschen weniger. 900 Punkte. Hat auch schon einen Hebel von 17. 18.613. Ich schaue mir die alle näher an, wenn im 4-Stunden-Bereich irgendwo irgendetwas passiert. Wenn da die Stochastik wegdreht oder das MACD. Aber heute hier und jetzt um 5 Uhr morgens am Dienstag wüsste ich jetzt nicht, wo ich da mein Ei reinlegen sollte. Also ich halte mich da nach wie vor zurück. Ich glaube, dass der Handel nach Mittwoch, also nach 22 Uhr, wenn alle großen Unternehmen ihre Zahlen gegeben haben, ein bisschen deutlicher wird. Aber bis dahin kann hier alles Mögliche passieren und ich halte mich tendenziell eher zurück. Wie ihr das macht, überlasse ich euch. Das sind die Scheine dafür, die ihr benutzen könnt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.